johann leute ich hier soll ja mister und schon mein name ist opfer und willkommen so sp8 quest video ja ich mache auch derzeit sp5 quest video dann jetzt noch sp8 und nachdem war ich dann noch sp6 ja zwar auf einmal jetzt meint dann erstmal ich habe schon angenommen wir müssen sowohl kann fortgehen das war ich zeige ganz kurz dass man ja nehmen muss man muss ja dass das nein der spexel daten glaube ich war das ich habe noch eine andere quester muss ich den welt schaffen ich weiß ich muss bei denen dass die quest machen um den wetter des deckt aber jetzt müssen wir müssen damit so gut kann pforte hin dort ist okay ich war ein bisschen zu langsam beim zählen er muss erstmal zurück an pforte ich weiß schon wo das ist so wir gehen dann erst mal kamo lager und dann einfach hoch hoch also wenn es müsste dort sein weil man das kann sich sein und dann die quest ich weiß aber nicht ob man die quest muss man die quest machen um den weit zu machen ich weiß es nicht wisst ihr ich habe das leckte ein bisschen stört mich gerade ein bisschen dürfte ich nicht legen müssen das ist halt so eine sache ich kann von der wir sind richtig ich weiß schatz war und den kommentaren ich habe keine ahnung also aber es wird nicht gar keine aktive und alle videos mehr kommt aktiv vielleicht kann ich nur kaligo sonst nichts mehr und dann halt nur das turnier und hat quest nur noch sowieso an der hohe er müsste dann nicht wieso müsste ich jetzt dahin also sonntag ein 30 mai weil ich na da ist doch da ist die tante geht zu den markierten auf der karte tannenwald ah tannenwald okay dann von da ja ich war und ich habe nur versucht dass sie mich nicht getroffen hat mich einmal voll übel übel also hatten auch kopfschutz als also gesichtsschutz ganzen kopf halt also hinterkopf ist ja nicht so wichtig also das gesicht halt nicht 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 dass man später keine augen mehr hat oder so ja das und hat mich irgendwie am oben am kopf getroffen durch die gestriffen und das ist scheiß dinge noch diese kugel dann noch so geplatzt und das hat echt weh getan also gespräch mit geschockter soldat ja wo ist denn da ist ja genau da wird nicht mal angezeigt da er wird nicht mal angezeigt müssen so sprich mit ich spiel gerade per wlan das ist aber trotzdem gesagt ja ich hätte dieses ding nicht sein aber ich habe keine lust zu lesen wieso sollte ich immer so ein scheiß lesen was ist abgeschossen was ich hab die ein bringe 13 spiel zu schande so und die ganzen land hier aktiviert ist schon ein bisschen komisch zu christ das war mal da mal dahin gehen muss drei stück muss zusammen auf und was sehen später ja 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 ich habe es ist mein bilder dann das stimmt ok hülle der geister ich weiß schon wo das bär anziehen da brauchen wir satte machen ich glaube das haben wir sogar satte macht abgebaut so wir haben alle satte macht verdammt schon mal eine ja noch eine damit mein weggefährter voll geil ja drei stück ok jetzt können wir erstmal zurück habe ich schon mal drei stück wir haben ein siegel bekommen schließen wird hexe laurin wenn einmal erfolgreich ab ach so wir können das jetzt schon mal ja okay der welt wird dann danach gemacht also ja ja das war jetzt die quest und ich weiß nicht ob das jetzt weiter geht aber mal gucken ja viel spaß im stocken lasst euch nicht ab und bis zum nächsten mal ja